Dann rufe ich auf den nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist Punkt 2, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung setzt mit der Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020 mit Tagesordnungspunkt 41, Antrag Landesregierung Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2019 bis 2023. Das sind Drucksache 20 1407 und Drucksache 20 1408. Die Rednerreihenfolge ist wie folgt festgelegt, Landesregierung, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, FDP, DIE LINKE und die CDU. Dann erteile ich nun zur Einbringung des Gesetzentwurfs dem Finanzminister das Wort, Herr Dr. Thomas Schäfer. Bitte sehr, er hat das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist noch kein halbes Jahr her, dass wir in diesem Haus den Nachtragshaushalt 2019 auf den Weg gebracht haben. Umso mehr freut es mich, dass ich Ihnen heute bereits den Entwurf der Landesregierung für den Haushalt 2020 und die mehrjährige Finanzplanung bis ins Jahr 2023 vorstellen darf. Beide unterstreichen, dass diese Landesregierung die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen annimmt und aktiv gestaltet. Sie setzt in den zukunftsrelevanten Feldern der Landespolitik deutliche inhaltliche Schwerpunkte und Akzente. Nachhaltig, sicher und klug ist hierbei das, was den Landeshaushalt im Besonderen auszeichnet. Der Haushalt 2020 bewahrt dabei die notwendige Balance zwischen dem klaren politischen Gestaltungswillen und einer generationengerechten Finanzpolitik. Das Land wird daher auch im kommenden Jahr wieder alte Schulden in Höhe von 100 Millionen € zurückzahlen und gleichzeitig für künftige Pensionslasten vorsorgen. Schließlich trägt der Haushalt auch der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung. Die vorgesehenen Maßnahmen, etwa für die Kommunen, haben das Ziel, dazu beizutragen, dass die aktuelle Konjunkturdelle in Deutschland auch tatsächlich nur eine Delle bleibt. Das alles zeigt, dass der Landeshaushalt war in der vergangenen Legislaturperiode bei der von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN getragenen Landesregierung in guten Händen und des Ersten auch bei der neuen schwarz-grünen Landesregierung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Meine Damen und Herren, das Haushaltsjahr 2020 ist unter verschiedenen Gesichtspunkten ein besonderes Jahr. Das ist das erste Jahr, in dem die Vorgaben der Schuldenbremse aus der hessischen Verfassung und dem Grundgesetz verbindlich greifen. Aus dem von der Landesregierung vorgelegten Haushaltsentwurf halten wir nicht nur die Vorgaben der Schuldenbremse ein. Wir planen sogar, weitere alte Schulden zu tilgen. Gleichzeitig ist das Jahr 2020 das erste Jahr, mit dem die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung zum Tragen kommt. Besonders prominent erkennen Sie das daran, dass Sie den bisherigen Länderfinanzausgleich im Landeshaushalt nicht mehr als Ausgabe finden, und zwar nicht nur zur Schonung Ihres Adrenalinspiegels, sondern es gilt es aber auch weiterhin als Zuschuss an andere Länder. Es ist aber nur unter geringeren Einnahmen verbucht. Aber auch die starke Heimat Hessen ist letztlich das Ergebnis dieser Neuordnung. Das Land wird dabei bekanntlich alle Mittel aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ausschließlich seinen Kommunen belasten. In der oftmals hitzigen Diskussion über die starke Heimat wird dabei gerne die Funktion dieser Umlage unterschlagen. Sie war ein Ausgleich für die Belastungen des Landes im Finanzausgleich aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Kommunen. An dieser strukturellen Belastung hat sich durch die Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen nichts Wesentliches geändert. Dennoch verzichtet das Land trotz eigener Finanzierungsbedarfe vollständig auf diesen Ausgleich. Die hessischen Kommunen werden damit bei allem Streit über die Details zum eigentlichen Gewinner der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sicherlich wissen, hat sich der gesamtwirtschaftliche Hintergrund, vor dem die Aufstellung des Haushalts 2020 erfolgt, eingedrückt. Vor allem die anhaltenden Handelskonflikte und die Unsicherheiten über den Brexit belasten die Konjunktur. Wir müssen davon ausgehen, dass die hohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre erst einmal nicht wiedererreicht werden. Dieses Bild zeigt auch die aktuelle Herbstprojektion der Bundesregierung, die davon ausgeht, dass die Wirtschaft in diesem Jahr nur noch um 0,5 % und im kommenden Jahr um rund 1 % wachsen wird. Aktuell in dieser Stunde sitzen die Steuerschätzer von Bund und Ländern zusammen und prüfen, welche Auswirkungen das schwächere Wachstum für die öffentlichen Haushalte in den kommenden Jahren haben wird. Ich bin wie Sie gespannt auf die Ergebnisse, die Kollege Olaf Scholz in wenigen Stunden verkünden wird. Gleichwohl bin ich nach den zwischenzeitlichen Wasserstandsmeldungen einigermaßen zuversichtlich, dass wir im aktuellen Haushalt auf der sicheren Seite sind. Diese Einschätzung ist dabei nicht etwa nur meinem unerschütterlichen Optimismus geschuldet, der quasi zur Amtsausstattung eines jeden Finanzministers gehört. Sie ist stattdessen auch eine Folge einer bewussten Entscheidung bei der Haushaltsaufstellung. Wir haben damals von dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung aus Vorsichtsgründen einen Sicherheitsabschlag von 100 Millionen € vorgenommen. Dadurch haben wir jetzt einen Puffer, um etwa, je negative Auswirkungen der Herbststeuerschätzung weniger für diesen Haushalt, mehr für die Folgejahre aufzufangen. Es zahlt sich damit an dieser Stelle erneut aus, dass wir auf Solidität statt auf die schnelle Schlagzeile setzen. Meine Damen und Herren, ich habe bereits darauf hingewiesen, dass wir mit dem Haushaltsentwurf 2020 kräftig in die Zukunftsfelder der Landespolitik investieren. Einen besonderen Augenmerk legen wir dabei beim Klimaschutz. Bis 2023 werden wir hier insgesamt mindestens 900 Millionen € bereitstellen. In dieser beachtlichen Summe sind noch nicht die Beträge enthalten, die aus der Umsetzung des Klimaprogramms der Bundesseite auf das Land entfallen. Derzeit werden die Detailfragen gerade auch zu den Belastungswirkungen zwischen Bund und Ländern geklärt. Die Erwartungshaltung der Länder haben die Ministerpräsidenten Ende letzter Woche hinlänglich deutlich und nachvollziehbar formuliert. Es ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, das vorliegende Gesetzespaket zur Umsetzung des Klimaprogramms bis Ende des Jahres auf den Weg zu bringen. Angesichts der immensen Herausforderung, vor die uns der Klimawandel stellt, ist eine rasche Umsetzung des Programms bei allen notwendigen Detailerörterungen der nächsten Wochen in der Sache in unser aller Interesse. Nur dadurch haben wir eine Chance, unseren Beitrag zur notwendigen Begrenzung der Treibhausgasemission zu leisten und die Schöpfung zu bewahren. Hessen hat im Bereich des Klimaschutzes seit jeher eine Vorreiterrolle eingenommen. Dieser Rolle werden wir auch jetzt wieder mit dem Haushalt 2020 gerecht. Als erstes Bundesland beginnen wir damit, die mobilitätsbedingten Emissionen der Landesverwaltung durch den Kauf von CO2-Zertifikaten klimaneutral zu stellen. Es ist unserer Landesregierung ein besonderes Anliegen, Ökonomie und Ökologie miteinander im Einklang zu bringen und zu halten. Das sehen Sie in besonderer Weise am Frankfurter Flughafen, einer der zentral nicht ökonomischen Lebensadern unseres Landes. Wir fördern mit dem Haushalt 2020 dort den Bau einer Pilotanlage zur Herstellung von synthetischem Flugbenzin und den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr. Das ist verantwortungsvoller Klimaschutz, der einerseits die ökonomischen Interessen und Belange im Blick behält und gleichzeitig entschlossen für den Klimaschutz arbeitet. Mit dem Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden aber auch die Weichen für noch mehr Sicherheit in unserem Land gestellt. Insgesamt schaffen wir 650 neue Stellen bei Polizei und Justiz. Darin enthalten sind allein 250 neue Stellen für den Polizeivorzug, 40 Stellen für die Wachpolizei. Zudem investiert das Land in die Auswert- und Analysefähigkeit sowie die Ausstattung der hessischen Polizei. Denn wir wollen, dass unsere Polizistinnen und Polizisten bei der Erfüllung ihrer äußerst anspruchsvollen Aufgaben im Dienst unserer Gesellschaft bestmöglich geschützt sind. Daneben legen wir ein besonderes Augenmerk auf den Justizbereich. Wir setzen daher unter anderem das Justizaufbauprogramm fort. Von den hier veretatisierten 160 Stellen sind 27 für Richter und 23 für Staatsanwälte vorgesehen. Wir intensivieren auch hier unsere Anstrengungen zur Nachwuchsgewinnung. Zudem stärken wir den Justizvollzug um weitere 70 Stellen und verbessern dort die Sicherheit und die Betreuung im Justizvollzug. Meine Damen und Herren, im positiven Sinne des Wortes ein Dauerbrenner unseres Haushalts sind die Ausgaben für Bildung und Forschung. Auch hier setzen wir mit dem Haushalt und dem Finanzplan besondere Akzente und investieren wieder massiv in den Bildungs- und Forschungsstandort. Wir sichern die 105-prozentige Unterrichtsversorgung durch zusätzliche Lehrerstellen und intensivieren die Lehrkräftegewinnung. Zudem erhöhen wir die Zahl der sozialpädagogischen Fachkräfte und treiben den Ausbau der Ganztagsangebote weiter voran. Wir schaffen auch die Voraussetzungen dafür, dass die Bildungssprache Deutsch durch eine zusätzliche Deutschstunde in der Grundschule weiter gestärkt wird. Alles in allem sind das über 900 Stellen, die den Schulen in Hessen im kommenden Jahr zusätzlich zugute kommen. Für die Hochschulen erhöht sich allein im kommenden Jahr die Grundfinanzierung um knapp 40 Millionen €. Zudem erhalten sie mit dem neuen Hessischen Hochschulpakt für das Jahr 2021 bis 2025 Planungssicherheit. Bei der Berechnung des Hochschulpakts gab es weitere Verbesserungen für die Hochschulen, denn es wurde eine gleichbleibende Zuwachsrate von 4 % auf einer deutlich verbreiterten Bemessungsgrundlage vorgesehen. Wir stärken damit nachhaltig die hessische Hochschullandschaft. Dazu trägt im Übrigen auch bei, dass wir ab dem Jahr 2021 die für die Fortsetzung des Bund-Länder-Hochschulpakts erforderlichen Kofinanzierungsmittel zusätzlich zur Steigerung des eigenen Hochschulpakts bereitstellen. Das ist unter den Ländern, liebe Kolleginnen und Kollegen, beileibe keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Haushaltsentwurf wird der Bereich der Digitalisierung abermals gestärkt. Nachdem wir bereits im Nachtragshaushalt 2019 begonnen haben, die Digitalisierung des Landes weiter zu forcieren, legen wir jetzt noch einmal eine ordentliche Schippe drauf. Allein im Rahmen des Programms Digitale Schule Hessen stellen wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Land und Kommunen bis 2024 insgesamt fast 500 Millionen € für den Ausbau der digitalen Infrastrukturen in den hessischen Schulen bereit. Zudem werden die Ansätze der Digitalstrategie Hessen ressortübergreifend um fast 25 Millionen € aufgestockt auf ein Gesamtvolumen von knapp 90 Millionen €. Zusätzliches Geld gibt es zudem für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des E-Justice-Programms. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein besonderes Herzensanliegen ist mir auch die Sicherung der Leistungsfähigkeit der hessischen Steuerverwaltung. Wen wundert es als Finanzminister? Wir haben dabei bereits im Nachtragshaushalt diesen Jahres umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um unsere hervorragende Steuerverwaltung zukunftsfest aufzustellen. Diesen Weg setzen wir auch mit dem neuen Haushalt entschlossen fort. Dazu zählt etwa die erneute Einstellung von 800 weiteren Anwärtern für das Jahr 2020. Das ist deutlich mehr als doppelt so viel als in den vergangenen Jahren. Zudem schaffen wir die stellenmäßigen Voraussetzungen dafür, um für die effiziente Umsetzung der Grundsteuerreform gewappnet zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sorgen wir mit dem Haushaltsentwurf 2020 auch dafür, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Hessen gewahrt bleibt. Wir erhöhen deshalb z.B. die Ansätze für das ehrenamtliche Engagement und schaffen zusätzliche Ausbildungskapazitäten an der Landesfeuerwehrschule. Eine Maßnahme, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich in diesem Kontext aber besonders hervorheben. Das Land Hessen wird sich in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt 7 Millionen € an der Errichtung der Jüdischen Akademie in Frankfurt beteiligen. Wer genau hingeschaut hat, wird gesehen haben, dass die Mittel um 4 Millionen € steigen, die das Land Hessen dabei zur Verfügung stellt. Wir haben sehr früh signalisiert, dass wir die zusätzlichen Aufwendungen beim Bau dieser Jüdischen Akademie, die nahezu ausschließlich aus erhöhter Sicherheitsanforderung resultieren, diesen Betrag mitgehen und sicherstellen, dass diese wichtige zentrale Bildungseinrichtung der jüdischen Gemeinden in Deutschland, in Frankfurt, in Hessen ihren Sitz wird, meine Damen und Herren. Das ist unsere sehr praktische Sprache und unsere sehr praktische Antwort auf die schrecklichen und abscheulichen Bilder aus Halle. Wir machen eines klar. Jüdisches Leben ist bei uns herzlich willkommen, und wir wenden uns entschieden gegen jede Form von Antisemitismus in unserem Land. Hessen ist und bleibt ein weltoffenes und tolerantes Bundesland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all diese Einzelmaßnahmen, die ich eben beschrieben habe, tragen dazu bei, dass die Ausgaben des Landes bereinigt um den Effekt des Wegfalls des bisherigen Länderfinanzausgleichs im Vergleich zu den Ansätzen des Haushalts 2019 um insgesamt 6,7 % wachsen. Dabei sind die hessischen Kommunen die, die am meisten von dem neuen Landeshaushalt profitieren. Insgesamt steigen die Leistungen an die Kommunen von rund 8,3 Milliarden € im laufenden Jahr auf rund 9,2 Milliarden € im kommenden Jahr an. Allein das Ausgleichsvolumen des Finanzausgleichs steigt um knapp 800 Millionen € auf fast 6 Milliarden €. Das ist ein stolzes Plus von über 15 %. In dieser Summe ist auch die starke Heimat Hessen mit rund 318 Millionen € enthalten. Aber auch ohne dieses Programm steigt das KFA-Ausgleichsvolumen im Jahr 2020 um rund 9 %. Ich finde daher, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass das Land und diese Landesregierung sind und bleiben ein starker und verlässlicher Partner der hessischen Kommunen. Blendet man den Effekt des Länderfinanzausgleichs sowohl die Mittel für den Kommunalen Finanzausgleich aus, steigen die Ausgaben des Landes hingegen nur noch um 4,7 %, die Einnahmen um 5,2 %. Das sind sehr hohe Ausgabenzuwächse, die in besonderer Weise auch bei den Personalausgaben zu verzeichnen sind. Die liegen bei knapp 600 Millionen € über dem Niveau 2019. Das sind einerseits die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsrunde sowie steigende Gesundheitskosten für unsere Landesbediensteten. Zudem spiegeln sich darin natürlich auch die hohen Stellenzuwächse bei Lehrern, Polizei, Justiz und in der Steuerverwaltung wieder. Ebenfalls kräftig wachsen die Investitionsausgaben des Landes. Sie steigen um fast 7 % auf fast 2,5 Milliarden €. In dieser Summe sind etwa die Mittel des Landesstraßenbauprogramms oder zur Förderung des Mietwohnungsbaus und des Städtebaus enthalten. Zusammen mit den stark steigenden Mitteln für die Kommunen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Wir zeigen aber auch, dass hohe Investitionsausgaben und die Einhaltung der Schuldenbremse keine zwangsläufigen Gegensätze sind. Die Probleme bei den Investitionsausgaben, darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, liegen an einer ganz anderen Stelle. Es geht darum, die reservierten Mittel auch tatsächlich abfließen zu lassen. Vor allem auf der kommunalen Ebene, aber auch in unseren Baubetrieben bestehen dort erhebliche Probleme, die zur Verfügung stellten Mittel auch tatsächlich abzurufen. Dabei spielen Kapazitätsengpässe eine Rolle. Aber häufig genug fehlt es auch schlicht an wirtschaftlich vertretbaren Angeboten in einer Hochkonjunkturphase der Bauwirtschaft. Zur Lösung dieser Situation gibt es kein Patentrezept. Wir werden jedoch zu prüfen haben, an welchen Stahlschrauben wir als Land drehen können, um einen besseren Mittelabfluss zu erleichtern. Spürbar dämpfend auf die Ausgabenentwicklung wirken sich die Zinsausgaben aus. Dabei haben wir die absurde Situation, dass wir mit der Aufnahme von Kassenkrediten mittlerweile Geld verdienen. Allein im laufenden Jahr wurden auf diese Weise im Landeshaushalt bis Ende September knapp 7 Millionen € entlastet. Diese Situation erfüllt mich allerdings nicht mit uneingeschränkter Freude. Sie birgt die Gefahr, dass sich die öffentlichen Haushalte, übrigens nicht nur hier in Deutschland, dauerhaft an das süße Gift niedriger Zinsen gewöhnen. Dadurch wird es für die Europäische Zentralbank immer schwerer, die notwendige Zinswende einzuleiten. Die Leidtragenden sind die Kleinsparer, die auf ihre mühsam erarbeiteten Ersparnisse keine Zinsen mehr haben. Dies gilt nicht zuletzt auch für die Altersvorsorge, sodass wir dort verstärkt über andere Elemente der privaten Altersvorsorge nachdenken müssen, um diesen Effekt kompensieren zu können. Zugleich ist es aber auch richtig, dass wir uns für die Zeiten wappnen, in denen die Zinsen wieder steigen. Wir haben uns zwar bewusst dazu entschieden, die Zinsänderungsrisiken im Landeshaushalt langfristig abzusichern. Dadurch profitiert das Land weniger, wenn die Zinsen fallen. Im Gegenzug führen jedoch steigende Zinsen nicht sofort zu einem zusätzlichen Einsparbedarf im Landeshaushalt. Das mag man biederfinden. Das stärkt jedoch langfristig die Stabilität und Planungssicherheit im Landeshaushalt. Noch einen abschließenden Punkt möchte ich kurz ansprechen, um die zu erwartende Diskussion gleich im Vorfeld zu versachlichen. Die Ausgaben für Menschen, die hier bei uns in Hessen Schutz suchen, gehen auch im Jahr 2020 weiter zurück. Sie liegen allein in dem Bereich des Landesaufnahmegesetzes, Erstaufnahmeeinrichtungen und unbegleitete minderjährige Ausländer um rund 100 Millionen € unter dem Wert des Nachtrags 2019. Keine Frage, für den Landeshaushalt bedeuten die flüchtlingsbezogenen Ausgaben immer noch eine erhebliche Belastung. Sie liegen jedoch mittlerweile mehr als 900 Millionen € unter dem Spitzenwert des Jahres 2016. Insgesamt steigen die Ausgaben des Landes im Jahr 2020 etwas stärker als die Einnahmen. Dennoch tilgen wir im Jahr 2020 wieder Altschulden in Höhe von 100 Millionen €. Das alles wird möglich, weil wir in früheren Jahren sparsam gewirtschaftet und vorausschauend gehandelt haben. Wir nutzen damit Finanzierungsspielräume, die wir uns nicht zuletzt durch unsere erfolgreiche Konsolidierungspolitik der letzten Legislaturperiode selbst hart erarbeitet haben. Unter diesem Stichwort für verantwortungsvolle Finanzpolitik gegenüber folgenden Generationen möchte ich Ihnen auf Folgendes gerne hinweisen. Selbst das finanzpolitische Musterland Bayern hat mittlerweile eine massive Korrektur seiner Tilgungsziele angekündigt. Anstelle der für 2020 ursprünglich vorgesehenen Nettotilgung in Höhe von 750 Millionen € sollen jetzt nur noch 50 Millionen € zurückgezahlt werden. Zur Erinnerung, wir tilgen genau das Doppelte, meine Damen und Herren. Ich freue mich schon gleich auf die Rede des Kollegen Weiß, der sicherlich diese Tilgung bei uns als viel zu niedrig brandmarken wird, die 100 Millionen €. Ich freue mich dann auf den zweiten Teil seiner Rede, wo er seinen Bundeskollegen Olaf Scholz massiv angreifen will, weil er nämlich keinen einzigen Euro-Tilgung in seiner Haushaltsplanung drin hat. Das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft an dieser Stelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss meiner Rede bleibt mir nur noch, mich bei den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ressorts sowie bei meinem Haus für die engagierte Arbeit zu bedanken. Herr Präsident, die kurze Überschreitung meiner Redezeit ist dem Applaus für die Kolleginnen und Kollegen geschuldet. Ich glaube, das zahlen wir für zehn. Herr Kollege Weiß hat an dieser Stelle besonders laut geklatscht. Ich will das aber auch ernsthaft hinzufügen. Das, was die Kolleginnen und Kollegen in den Ressorts dort leisten und dann in der Folge der parlamentarischen Beratung auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, ist in diesen Saisonzeiten alles andere als gewöhnlich. Wenn ich sehe, abends an Ministerien vorbeifährt, zu welchen Zeiten da noch Licht brennt, wenn Haushaltsberatungen anstellen, das ist unsere Anerkennung wert. Mit dieser Anerkennung möchte ich gerne schließen. Herzlichen Dank. Applaus Herr Minister, herzlichen Dank. Das war die Einbringung des Haushalts. Ich eröffne die Aussprache der Kollege Marius Weiß. Die SPD beginnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Finanzminister, am Ende sind Sie doch noch ein bisschen munter geworden. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass Sie beim Ausdenken von Überschriften deutlich ambitionierter sind als beim Vortragen von Inhalten. Das gilt insbesondere für diese Dreiklänge, die Sie immer für Ihre schwarz-grünen Haushalte verwenden. Hessen hält Kurs war es 2016. 2017 war es schlauer, sicherer, gerechter. Der Nachtrag 2019 war digital, jung für Hessen. Jedes Jahr ein neuer Dreiklang für den Haushalt. Das ist der schwarz-grüne Enem, 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 Enem. Dieses Jahr nachhaltig, sicher, klug. Haltet euch nicht selbst für klug, steht schon im Römerbrief. Ich hätte Ihnen da etwas mehr Bibelfestigkeit zugetraut, Herr Minister. Selbstlob ist schon lange ein Synonym für Schwarz-Grün. Überheblichkeit und Abgehobenheit inzwischen offensichtlich auch. Ich will nachfolgend versuchen, darzulegen, dass die Bewertungen seiner eigenen Arbeit durch den Finanzminister zu relativieren sind und bestimmte Erwartungen an die Bewältigung von Zukunftsaufgaben in Hessen mit dem Haushaltsentwurf 2020 nicht erfüllt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Bewertung eines Landeshaushalts ist es ganz hilfreich, einmal über die Landesgrenze hinauszuschauen. Siehe da, ein Blick in die bereits vom Landtag beschlossenen Haushaltspläne, z. B. in Bayern und Rheinland-Pfalz, und der von den Landesregierungen beschlossenen Haushaltsplanentwürfe, z. B. in NRW, Niedersachsen oder Baden-Württemberg, zeigt sich, dass in allen Bundesländern in den Klimaschutz die innere Sicherheit Bildung und Digitales investiert wird, egal welche Farben dort regieren. Hessen hat also insoweit kein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn Schwarz-Grün uns das gerne glauben machen möchte. Bei der Rückzahlung von Schulden tut Hessen mit 100 Millionen € nicht das, was aufgrund der Steuereinnahmen und nach der Neujustierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen möglich ist. Auch das sieht man schnell bei einem Blick auf andere Länderhaushalte. Wenn man durch die einzelnen Politikbereiche einmal detailliert durchgeht, dann merkt man, dass Minister Schäfer etwas großspurig verkauft, was aber nur einen schmalspurigen Inhalt hat. Das gilt insbesondere für die sogenannten Schwerpunktthemen. Fangen wir einmal mit dem momentanen Top-Thema an, dem Klimaschutz. Bei einem Vergleich mit anderen Bundesländern, mit denen sich Hessen gerne unter dem Gesichtspunkt Wirtschaftskraft vergleicht, z. B. mit Baden-Württemberg oder Bayern, stellt man fest, dass Hessen mit 886 Millionen € für den Klimaschutz im Zeitraum von 2019 bis 2023 bei einer Erhöhung der jährlichen Mittel von 141 Millionen € in 2019 auf 204 Millionen € in 2023 unterproportional in die Nachhaltigkeit investiert. Baden-Württemberg will in den Jahren 2020 und 2021 290 Millionen € mehr in den Klimaschutz investieren. In Hessen sollen dies im gleichen Zeitraum 65 Millionen € sein. Das ist nicht einmal ein Viertel davon. Baden-Württemberg hat außerdem vorsorglich weitere 100 Millionen € für die Mitfinanzierung des Klimaschutzkonzepts der Bundesregierung vorgesehen, in Hessen bisher Fehlanzeige. Dafür sind aber 1,8 Millionen € Steuergelder zum Kauf von Emissionsrechten enthalten, damit auch Tarek Al-Wazir weiterhin zum Hessenfest nach Berlin fliegen kann und nicht den Zug nehmen muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Gewundert hat mich eben, dass Sie beim Thema Klimaschutz den Bau einer Anlage für synthetisches Kerosin so ausdrücklich hervorgehoben haben. Herr Minister, ich weise hier einmal darauf hin, auch hierfür für diese Kerosinanlage, wo man durchaus Fragen stellen kann, ob das tatsächlich notwendig ist an diesem Standort, ob es dafür nicht bessere gebe, warum das eigentlich die öffentliche Hand bezahlen soll. Die Fragen könnte man durchaus stellen. Aber eines ist schon einmal klar. Sie nehmen zur Finanzierung dieser Anlage, nämlich über 15 Millionen €, wieder Geld aus der Rücklage, und zwar aus der Rücklage Lastenausgleich, Flughafen Frankfurt-Rhein-Main. Das erwähnen Sie hier natürlich nicht, und ich finde, das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür ist dieses Geld nicht da. Auch beim zweiten Schwerpunkt des Haushaltsentwurfs, nämlich bei der Sicherheit und damit bei den Bereichen Polizei und Justiz, zeigt sich bei einem Vergleich, dass Hessen mit 650 zusätzlichen Stellen im Bereich Polizei und Justiz keine Spitzenstellung in einem Benchmark mit anderen vergleichbaren Bundesländern übernimmt. Auch in diesem Bereich übertrifft beispielsweise Baden-Württemberg Hessen deutlich. Darüber hinaus werden wir nicht müde daran zu erinnern, im Polizeivollzug und im Verwaltungsbereich wurden jahrelang von CDU-Regierungen in Hessen Stellen abgebaut. Neue Stellen im Polizeibereich müssen unserer Ansicht nach in der Fläche ankommen. Wir sehen mit diesem Plan noch nicht, dass das tatsächlich passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zudem muss man auch immer wieder darauf hinweisen, Stellen sind nicht gleich Köpfe. Das werden wir noch an anderen Passagen im Haushalt sehen. Beispielsweise darf ich darauf hinweisen, dass allein 105 Stellen im Bereich Verfassungsschutz unbesetzt sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt, dass beim Thema Sicherheit nicht die Zahlen zählen, wenn die Peter Beuth in Haushaltspläne oder Jubelpressemitteilungen schreibt, sondern die Menschen, die tatsächlich in unseren Behörden für unser aller Sicherheit arbeiten. In der Justiz sind Aufwand und Personal schon seit Längerem völlig aus dem Gleichgewicht. Wir haben im Ländervergleich überlange Verfahren, die auf den Mangel an Richtern und Staatsanwälten zurückzuführen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, laut Hessischem Richterbund gehen zur bereits angespannten Personalsituation in den nächsten zehn Jahren rund 40 % aller Richterinnen und Richter in Hessen in Ruhestand. Die neuen Stellen im Plan werden schon allein von neuen Aufgaben absorbiert. Beispielsweise ist im Bereich der Fixierung von Gefangenen neuer Personalbedarf entstanden. Ein weiteres Beispiel ist das Klagen von Schluckreisenden. Beim Amtsgericht Frankfurt haben sich seit 2015 diese Klagen mehr als verdoppelt. Der Richterbund rechnet bis zu 16.000 Reisesachen, die in diesem Jahr eingehen. Die neuen Stellen im Bereich der ordentlichen Berichtsbarkeit sind in diesem Bereich allein schon nötig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Finanzminister Schäfer behauptet, dass Hessen die Kommunen und die Investitionen stärken. Es ist richtig, dass der KFA auf fast 6 Milliarden € steigt. Auch die Investitionen sollen 2020 auf fast 2,5 Milliarden € steigen. Herr Kaufmann, vielen Dank. Bei der Bewertung dieser Anstiege ist zu berücksichtigen, dass Hessen bei einem Ländervergleich sowohl bei der Finanzausstattung der Kommunen angesichts der bestehenden Verschuldung und bei den Investitionen bei einem Ländervergleich in der unteren Hälfte der Länder liegt. Auch hier relativiert wieder ein Blick über die Ländergrenzen. Die Investitionsausgaben sollen zwar um 6,9 % steigen. Das stimmt. Dabei sind aber vier Dinge zu beachten. Erstens. Die Investitionsquote steigt nicht, sondern verbleibt im Vergleich zu 2019 mit 8,5 % gleich, weil die Gesamtausgaben steigen. Zweitens. Laut Finanzplan soll die Investitionsquote im nächsten Haushaltsjahr, im Jahr 2021, sogar auf nur noch 8,1 % sinken. Im Haushalt 2018 wurde 1 Milliarde € nicht ausgegeben. Es konnte nicht ausgegeben werden. Davon sind 250 Millionen € Investitionen. Das ist das Doppelte des Straßenbaubudgets, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Investitionsquote 2018 war mit 8,7 % geplant. Gelandet ist man bei 7,2 %, weil Sie über Jahre Kapazitäten beispielsweise bei Hessen Mobil oder dem Baumanagement abgebaut haben. Deswegen können die Investitionen des Landes nicht abfließen, Herr Minister. Als vierten Punkt muss man anmerken. Die Investitionen steigen nicht überall. In manchen Bereichen steigen sie, in manchen sinken sie. Ein Beispiel. Das hat mich wirklich einigermaßen verwundert. Die Investitionsausgaben für den sozialen Wohnungsbau, einschließlich Modernisierung, sinken. Von 2019 auf 2020 um über 50 Millionen €, von 97,5 auf 46,8 Millionen €. Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der drängenden Problematik auf dem Wohnungsmarkt machte ich mich das einigermaßen fassungslos, dass Schwarz-Grün hier über 50 Millionen € am sozialen Wohnungsmarkt sparen will. Wenn Sie es nicht glauben, ich könnte es auch nicht glauben, können Sie noch einmal nachlesen, Seite 70 des Finanzplans. Von Investitionen sind wir schnell beim Thema Verkehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den veranschlagten Mitteln für den Verkehrsbereich lässt sich eine proklamierte Verkehrswende nicht erreichen. Es fehlen insbesondere beim ÖPNV, beispielsweise beim Eisenbahnbereich, als einem, wenn nicht dem wichtigsten Bereich des Umweltverbundes, die notwendigen konsumtiven Mittelerhöhungen zur Verbesserung des Verkehrsangebots und für Investitionen in die Infrastruktur. Es reicht nicht aus, nur auf die Erhöhung der Bundesmittel im Bereich der Regionalisierungsmittel und des GVFG-Bundesprogramms zu setzen. Es ist erforderlich, dass die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Regionalisierungsmittel durch deutliche Erhöhung der Landesmittel ergänzt wird. Dies gilt auch für die Erhöhung der Bundesmittel für große Infrastrukturbereiche im Eisenbahnbereich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ließe sich gerade zum Einzelplan 07 noch so viel mehr sagen, z.B. dass die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit von Herrn Al-Wazir natürlich weiter steigen. Auf jetzt 364.000 €. Dafür sinken die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit um 60.000 €. Grün wirkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder auch, dass die Investitionen in die Landesstraßen immer noch weit unter dem Werteverzehr liegen. Aber zu einem Punkt muss ich noch etwas mehr ausführen, das Radwegeprogramm. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Freitag gab der ADFC eine Pressemitteilung mit dem Titel Radwege-Sanierungsoffensive vor dem Kollaps heraus. Ich zitiere. Obwohl die festgelegten Ziele in Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht besonders ambitioniert waren, zieht der Radfahrverband ein Zwischenfazit, das sehr enttäuschend ausfällt. Erst acht der geplanten 59 Einzelmaßnahmen sind gebaut, erst 8,7 von angestrebten 96,8 km Radweg umgesetzt. Dieses Ergebnis ist verheerend. Alles Zitat von ADFC, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weiter. Verkehrsminister Al-Wazir spricht viel von Verkehrswende. Der bevorstehende Kollaps seiner Offensive zeigt aber, dass die Verkehrswende nur halbherzig angegangen wird. Dass Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern, ist keine Entschuldigung dafür, zu wenig für die Sicherheit von Radfahrern an den hessischen Landesstraßen zu tun. Ende des Zitats von ADFC. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hätte ich nicht besser schreiben können. Der ADFC hat zu 100 % recht, auch wenn es wehtut, liebe GRÜNE. Tarek Al-Wazir sucht, wie immer, Ausreden. Wenn ihm einmal etwas großspurig angekündigt wird, wird es wieder nicht klappt. Wir haben dazu im letzten Nachtragshaushaltsplan Planungspersonal beantragt, weil wir ihnen helfen wollten, weil wir abgesehen haben, dass diese Radwegeinitiative ein Flop wird. Da haben Sie das zusätzliche Planungspersonal abgelehnt, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir können es nicht umsetzen, weil wir zu wenig Personal haben, ist schlicht unanständig. So kann man mit dem Thema nicht umgehen. Lärmschutz an Landesstraßen ist noch ein weiteres Thema. Da stehen 4 Millionen € im Haushalt wie in den letzten Jahren. Das ist 2018. Das lohnt sich auch, da ab und zu einmal reinzuschauen. Das liegt bei 50.000 €. Nur 1,5 % wurden tatsächlich ausgegeben. Viele Positionen bei Al-Wazir sind das Papier des Plans nicht wert. Sie schreiben es rein, aber machen es da nicht. Ankündigen und nicht umsetzen, schwarz-grünes Motto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Thema nicht ausgegebene Mittel sind wir ganz schnell beim Bereich Bildung. Im Jahr 2018 wurden 208 Millionen € nicht ausgegeben wegen nicht besetzter Stellen im öffentlichen Dienst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da brauchen Sie nicht jammern. Das ist alles hausgemacht. Die CDU-Regierungen der letzten Jahre haben zu wenig ausgebildet und selbst den öffentlichen Dienst über Jahre unattraktiv gemacht. Sie haben in den Jahren eine Stellenblase geschaffen, die Sie jetzt sogar noch weiter aufpumpen. Ja, jetzt gibt es 100 neue Stellen an den Grundschulen. Das ist grundsätzlich richtig. Schließlich haben in keinem anderen Land in Deutschland die Grundschüler so wenig Unterricht in der Woche wie in Hessen. Aber der Markt ist leer. Die Stellen werden gar nicht besetzt werden können. Gleiches gilt für die Förderpädagogen. Die gesteigerten Studienplätze greifen hier für die 40 neuen Stellen noch nicht. Gleiches gilt für das Ganztagsprogramm. Da werden Sie nicht annähernd die Zahl von qualifizierten Bewerbern finden können, wie Sie jetzt hier an Stellen reinschreiben. Im Nachtragshaushalt 2019 haben wir die Erhöhung der Zahl der Ausbilder an den Studienseminaren beantragt. Da haben Sie es abgelehnt. Jetzt schreiben Sie selbst 35 neue Stellen rein. So arbeitet Schwarz-Grün, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bringt mich gerade zum Punkt Soziales, weil Sie da das Gleiche gemacht haben. Das ärgert mich wirklich maßlos. In der Plenarsitzung am 4. September 2019, das ist keine zwei Monate her, haben die Fraktionen von CDU und GRÜNEN in diesem Plenarsaal unseren konkreten Antrag auf Abschaffung der Schulgeldfreiheit für Heilberufe abgelehnt. Jetzt bringen Sie hier heute einen Haushalt ein, der tatsächlich genau diese Abschaffung der Schulgeldfreiheit vorsieht, die Schwarz-Grün hier noch nicht einmal vor zwei Monaten abgelehnt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen hier keine Fundamentalopposition, sondern wir machen konstruktive Arbeit und Vorschläge. Dazu gehört auch, dass wir anerkennen, wenn die Regierung einmal etwas gut macht. Dazu gehört z.B. die Erhöhung des Sozialbudgets um 3 Millionen €, die wir begrüßen. Ich finde es dann aber gleichzeitig respektlos von einer Regierungsmehrheit, wenn sie nach dem Motto Mehrheit ist Wahrheit ständig Initiativen der Opposition ablehnt, um sie dann selbst einzubringen. Dass die GRÜNEN sich hier eins zu eins an die Überheblichkeit der CDU angepasst haben, ist einfach nur geschämt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie sieht es eigentlich bei einem der Zukunftsthemen aus, dem Bereich Digitalisierung? Eine Milliarde mehr wurde für Digitalisierung angekündigt. Dazu habe ich auch ein paar Anmerkungen. Auf alle Einzelpläne verteilt finden sich ca. 200 Millionen € für Digitales im Haushalt 2020. Aber nur etwa ein Drittel davon sind tatsächlich 73 Millionen € im Ressort der Digitalministerin. Das hat mit der versprochenen Bündelung wenig zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bestandteil der 1 Milliarde € sind übrigens auch Personalkosten. Aber ich hoffe, dass Frau Sinemus nicht dem Missverständnis unterliegt, dass sie die 1 Milliarde € komplett für Personal ausgeben kann. Nach der Aufstockung im Nachtrag 2019 gibt es jetzt noch einmal 20 neue Stellen, davon die meisten zwischen A14 und A16. Es bleibt im Ressort von Frau Sinemus dabei, viele Häuptlinge und wenig Indianer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Mobilfunkausbau sind von geplanten 50 Millionen € in 2019 übrigens nur ganze 500.000 € abgeflossen, weil eine entsprechende Förderrichtlinie in Ihrem Haus fehlt. Frau Sinemus kommt nicht in die Gänge. Vielleicht helfen da ja die 20 neuen Mitarbeiter, wobei ich gehört habe, dass die halbe Million, die ausgegeben wurde, schon für Berater ausgegeben wurde, damit eine entsprechende Förderrichtlinie erstellt werden kann, dann halt von extern, wenn man es mit eigenen Leuten nicht kann. Zum Abschluss will ich noch einmal ein paar Worte zu den Themen Schulden und Rücklagen verlieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu möchte ich zwei Zeitungsartikel zitieren. Zuerst die Bild Frankfurt vom 4. Oktober. Da erschien ein Bericht mit der Überschrift Spartipps vom Finanzminister. Das ist schon lustig. Wenn das eine Serie in der Bild ist, kommt wahrscheinlich als nächstes Reisekostentipps der Digitalministerin und Transparenztipps des Innenministers. Aber jetzt erst einmal Spartipps. Ich zitiere aus der Bild-Zeitung Herrn Finanzminister Schäfer. Vielen, die jetzt sagen, Ihnen bliebe vom Gehalt nichts, was Sie sparen könnten, rät Finanzminister Schäfer Bescheidenheit, Haushaltsbuch führen. Jeder sollte sich Voranschaffungen genau überlegen, z. B. ob er schon jetzt ein neues Handy oder ein TV-Gerät braucht, ob es vier Urlaube im Jahr sein müssen oder das größere Auto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich das las, ging mir spontan zwei Gedanken in den Kopf. Der Erste war, wer glaubt, dass die Entbehrungen der Menschen in Hessen darin bestehen, dass sie drei statt viermal im Jahr in Urlaub fahren oder sich nicht noch ein größeres Auto kaufen können, der beweist sein elitäres und überhebliches Denken, aber er beweist nicht, dass er eine Rolle ausfüllen kann, in der er eine Identifikationsfigur für alle Menschen in diesem Land sein könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der zweite Gedanke war, wie ich den Menschen zur Bescheidenheit beim Umgang mit Geld raten und gleichzeitig einen Haushalt vorlegen kann, der mit dem Wort Bescheidenheit aber gar nichts zu tun hat. In vielen Bereichen müsste der Dreiklang über diesen Haushaltsplan nicht nachhaltig sicher klug heißen, sondern mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Selten war Heine passender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wo wird denn gespart in dem Haushalt, Herr Minister? Das Wort kommt in Ihrer Rede überhaupt nicht vor, weil es im Haushalt überhaupt nicht vorkommt. 1,1 Milliarden € mehr Steuereinnahmen als noch im Jahr 2019. Trotzdem greifen Sie in die Rücklagen und entnehmen dort 541 Millionen €. So etwas hätten Sie in der Opposition als unseriös gegeißelt, wenn das ein SPD-Minister so aufgestellt hätte. Wo sind denn in diesem Haushalt eigentlich die Leistungen des Finanzministers, Herr Schäfer? Wo wird denn eigentlich gespart? Der zweite Zeitungsartikel, den ich nennen möchte, ist die FAZ vom 20. Oktober, Überschrift schuldenfrei in 400 Jahren, mit der schönen Überschrift. Ralf Euler kritisiert darin völlig zu Recht, dass die Altschulden von 42,6 Milliarden €, die zu mehr als der Hälfte Weimar- und Schäfer-Schulden sind, im nächsten Jahr nur um 100 Millionen € getilgt werden, was 0,2 % entspricht. 0,2 % ist noch weniger als der Landesanteil an der starken Heimat. Das kann ich gar nicht an einem Zollstock darstellen. Deswegen habe ich heute darauf verzichtet. Wo wird denn gespart oder eingespart, Herr Minister? Herr Kollege Weiß, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor Herr Kaufmann gleich wieder poltert, was denn die SPD wolle. Wir wollen einen Haushalt, der unnütze Ausgaben unterlässt und stattdessen mehr investiert, wo es wichtig ist. Wir wollen auf unnütze Projekte wie die Mittel für die Specialized Expo verzichten. Wir würden auf PPP-Projekte verzichten, wovon sich schon wieder ein neues im Haushalt versteckt, nämlich in Darmstadt für die Autobahnpolizei Südhessen. Wir würden stattdessen wirksame Investitionen vornehmen in Klimaschutz, in die Verkehrswende, in Wohnungsbau und in Bildungsgerechtigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, letzter Satz, Herr Präsident. Unseren Dreiklang müssen wir nicht jedes Jahr neu ausdenken. Der heißt schon seit ziemlich langer Zeit Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. In diesem Sinne Glück auf, und herzlichen Dank fürs Zuhören. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Michael Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Weiß, vielleicht sind Sie jetzt überrascht. Jetzt kommt nicht Kollege Kaufmann, sondern Kollege Reul. Ja, eigentlich waren Sie darauf vorbereitet. Aber unabhängig davon, Herr Kollege Weiß, Ihre Rede kann man zusammenfassen. Sie haben mit Angriffen, die unsachlich waren, gegenüber dem Finanzminister. Sie haben sich gegen den Verkehrsminister Tarek Al-Wazir fortgesetzt, und dann haben Sie noch Frau Sinemus kritisiert. Zum Schluss noch einmal den Finanzminister. Das ist in Kürze zusammengefasst Ihre haushaltspolitische Rede. Das ist natürlich sehr arm. Ich möchte an dieser Stelle damit beginnen, womit der Finanzminister geendet hat. Zunächst einmal herzlichen Dank an den Finanzminister für die Einbringung des Haushaltsentwurfs und einen ebenso herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums, die in den vergangenen Tagen und Wochen damit befasst waren. Sie wissen, dass wir in diesem Jahr schon einen Nachtragshaushalt hatten und jetzt den Haushalt für das Jahr 2020. Dies war eine immense Arbeit, alles einzuarbeiten. Dafür gebührt unser aller herzlicher Dank. Auch dieses Jahr befassen wir uns wieder mit einem umfangreichen Zahlenwerk, in dem nun wichtige konkrete Projekte des schwarz-grünen Koalitionsvertrags angegangen werden. Unser Finanzminister hat dazu schon einiges ausgeführt. Um es gleich zu beginnen zu sagen, der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 macht unser starkes Hessen noch stärker und setzt viele Impulse für die Zukunft. Er ist solide gerechnet und schafft den Spagat zwischen der schwarzen Null und einer weiteren Reduzierung der Schulden sowie der Steigerung wichtiger Investitionen in unsere Infrastruktur, aber auch in die Bildung und Umwelt. Weil es sich so nüchtern anhört, muss man es schon noch einmal betonen. Der heute von Finanzminister Dr. Thomas Schäfer in den Hessischen Landtag eingebrachte Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 kann sich sehen lassen. Wir schaffen es nun zum dritten Mal in Serie in der Haushaltsplanung, gänzlich auf eine Nettokreditaufnahme zu verzichten, und tilgen weiterhin Altschulden und das trotz einer sich abkühlenden Konjunktur. Zeitgleich sind wir sogar in der Lage, unsere Ausgaben so zu steigern, dass wir wichtige Investitionsimpulse von rund 10 Milliarden € bis in das Jahr 2023 geben können. Wir sind in den vergangenen Jahren äußerst sorgsam und solide mit den uns anvertrauten Steuergeldern umgegangen. Diese vorausschauende Politik im Sinne der Schuldenbremse, die von einer großen Mehrheit der hessischen Bürgerinnen und Bürger unterstützt wurde, zahlt sich jetzt aus. Wir haben mit dem Schuldenmachen aufgehört, denn wir wollen unseren Kindern und Enkeln Handlungsspielräume überlassen und keine Schuldenberge. Dies bedeutet im Rahmen der Generationengerechtigkeit verantwortungsvolles Handeln. In den vergangenen Jahren hat die gute Konjunktur, das wirtschaftliche Wachstum und auch die niedrigen Zinsen wie auch die sorgfältige Haushaltspolitik dazu geführt, dass wir in Hessen Rücklagen von fast 1 Milliarde € aufbauen konnten. Wir wurden dafür seitens der Opposition oft kritisiert. Der Kollege Weiß hat dazu auch ein paar Ausführungen gemacht. Ich werde nachher noch einmal darauf eingehen. Häufig wurde argumentiert, wahlweise sollten wir das Geld zur Schuldentilgung verwenden oder in andere neue bzw. zusätzliche Projekte einbringen. Wir haben uns in guten Zeiten Rücklagen gestärkt. Dies ist wichtig, dass man vorausschauende Finanzpolitik macht, dass man in guten Zeiten die Rücklagen verbessert und das Geld zurücklegt. Wenn wir jetzt in die Hand nehmen können, und wir zeigen damit, dass gerade in den Zeiten, in denen von verschiedenen Seiten Zweifel an der Schuldenbremse geäußert werden, die Diskussion wird allenthalben geführt, dass es durchaus möglich ist, diese einzuhalten und trotzdem kräftig zu investieren und damit unser Land gemeinsam voranzubringen. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, nachhaltig zu handeln und eine Rücklage aufzubauen, um auch dann kurzfristig reagieren zu können und handlungsfähig zu sein. Von dieser vorausschauenden Politik profitieren wir heute. Wir sind in der Lage, unsere Ausgaben zu erhöhen, Investitionen zu steigern, die schwarze Null zu halten und dazu noch zusätzlich 100 Millionen € Schulden zu tilgen. Dieser Haushalt bestätigt die Politik der schwarz-grünen Koalition der vergangenen Jahre. Wir haben in guten Zeiten nicht jedem Ausgabebund stattgegeben und sind nicht im Versuch erlegen, allen alles zu versprechen, wie es allen die Opposition immer wieder tut. So konnten wir Rücklagen aufbauen, die wir jetzt einsetzen können, um weiter zu investieren, handlungsfähig zu bleiben und damit auch einen Impuls zur Unterstützung der konjunkturellen Entwicklung in unserem Land zu geben. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf einige Schwerpunkte im Haushaltsentwurf eingehen, die ich persönlich erwähnenswert halte. Schon bei der Beratung zum Nachtragshaushalt habe ich darauf hingewiesen, dass wir mit dem Haushalt 2020 die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag beginnen. Mit dem Nachtragshaushalt, das wissen Sie, haben wir die Umresortierung über das Digitalministerium vorgenommen und auch dort die Stellen den einzelnen Bereichen zugewiesen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn Sie es in Abrede stellen, haben wir damals schon im Nachtragshaushalt auch in einigen Bereichen mit Stellen nachgesteuert. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, Herr Weiß, weil Sie es so stark kritisiert haben. Gerade im Bereich der Bildung haben wir dafür gesorgt, dass im Nachtragshaushalt 250 weitere Stellen für Lehramtsreferendare geschaffen werden konnten und diese auch zeitnah ihren Dienst beginnen konnten. Dies ist ein wichtiger Impuls, um einfach nachzusteuern, weil eine Ausbildung eine gewisse Zeit dauert, bis diese Lehramtsreferendare auch in den Schuldienst kommen. Deshalb läuft Ihre Kritik an dieser Stelle vollkommen ins Leere. Mit dem jetzt vorgelegten Haushalt investieren wir dabei zielgerichtet in wichtige und zukunftsfähige Themenfelder und gehen auch aktuelle Probleme offensiv an. Ich will als Erstes nennen die Auswirkungen des Klimawandels bzw. der trockenen Sommer, die wir in den letzten zwei Jahren zumindest ganz massiv direkt gespürt haben. Wir sehen die Auswirkungen im hessischen Wald. Wir haben alle die Bilder von toten oder absterbenden Bäumen vor Augen. Wir müssen handeln. Das ist richtig, und wir tun es. Daher ist es wichtig, dass wir zusätzliche Mittel von rund 200 Millionen € im Rahmen eines Sonderprogramms für den Wald zur Verfügung stellen, um zu unterstützen und in der Zukunft wieder einen gesunden und starken Wald zu haben. Hier gibt es meines Erachtens auch einen breiten Konsens im ganzen Haus dafür. Ich wiederhole die Fakten, weil es anscheinend notwendig ist. Sie haben den Bereich der inneren Sicherheit angesprochen. Der Finanzminister hat es schon ausgeführt, aber die Wiederholung liegt natürlich auch im Didaktischen, dass man dies tun sollte. Deshalb, Herr Kollege Weiß, um die Sicherheit in Hessen weiter zu steigern, werden 250 Polizeivollzugsstellen und 40 Wachpolizeistellen zusätzlich veranschlagt. Ferner werden auch das Fach- und Verwaltungspersonal mit 70 Stellen sowie die Ausbildung an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung mit zusätzlichen Fachkräften gestärkt. Zur nachhaltigen Stärkung der Justiz und als Fortsetzung des Justizaufbauprogramms sind 160 weitere Stellen vorgesehen. Zusätzlich werden zusätzliche Mittel für die Nachwuchsgewinnung bereitgestellt. Das können Sie nicht negieren. Dies ist auch eine immense Kraftanstrengung. Aber wir wissen, dass es notwendig ist, und wir unterstützen gerne in diesen Bereichen, gerade im Bereich der Justiz und auch der Polizei, die uns gemeinsam am Herzen liegen. Ich komme zum Bildungsbereich. Ich hatte vorhin schon einmal angesprochen, was wir im Nachtragshaushalt gemacht haben. Aber insgesamt werden erhebliche Mittel in die Bereitstellung neuer, weiterer Lehrerstellen und Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung sowie den Ausbau der Ganztagsangebote investiert. Dazu sind bis zum Jahr 2024 rund 500 Millionen € für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Das ist eine immense Kraftanstrengung und auch ein zusätzlicher finanzieller Aufwand zu dem Bundesprogramm, das 372 Millionen € beträgt. Der Rest wird dann durch das Land Hessen mit zufinanziert, sodass wir auf diese große Summe kommen. 10 % wäre die Zufinanzierung. Wir steigern das auf 25 %. Insgesamt hat dies eine wichtige Signalwirkung an dieser Stelle, eine Kraftanstrengung und ein wichtiger Impuls für die Zukunft in unserem Lande. Ganz wichtig ist die Förderung der Bildungssprache Deutsch. Wir planen eine zusätzliche Deutschstunde für den Bereich der Grundschulen und werden dafür insgesamt 100 neue Stellen schaffen. Für Deutschförderkurse stellen wir 50 neue Stellen zur Verfügung, dazu auch erhebliche Sachmittel, sodass wir hier insgesamt in einer Summe von 7 Millionen € engagieren. Weitere wichtige Punkte, bei denen wir finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Das Landstrafenbauprogramm 2020 steht insgesamt 124 Millionen € zur Verfügung, um zu sanieren und wichtige Verbindungen zu finanzieren und zu realisieren. Ich komme zu einem weiteren Bereich, der von großer Wichtigkeit ist, und zwar der Bereich der Hochschule. Wir erhöhen die Mittel des Hochschulbauprogramms Heureka bis 2026 um insgesamt 250 Millionen €. Das sind ganz wichtige Mittel für Investitionen in unseren Bildungsstandort. Im Bereich der Hochschulen erhöht sich die Grundfinanzierung um knapp 40 Millionen €. Die erfolgreichen Programme LOEWE und Heureka II werden fortgesetzt und die damit verbundenen Mittel gesteigert. Zusätzlich kommt noch der Hessische Hochschulpakt für die nächsten Jahre. Dort erhöhen wir die zugesagten Mittel um 4 %. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein sehr innovativer und weiterer neuer Ansatz ist, dass wir jetzt im Haushalt vorgesehen haben, einen Wachstumsfonds, den Future Growth Fund, mit zu initiieren und in die Wege zu leiten. Wir wollen dort insgesamt die hessische Start-up-Szene vor allem rund um Frankfurt – Sie kennen sie vielleicht –, die sich heftiger Konkurrenz aus Berlin und München erwehren muss, mit zu unterstützen und zu fördern. Deshalb haben wir diesen Fonds ganz neu im Haushalt veranschlagt, der die Förderung von Start-ups im Bereich technologieaffiner Hightech-Unternehmen und innovativer Geschäftsmodelle zum Ziel hat. Dieser Fonds soll mit einem Gesamtkapital von 200 Millionen € ausgestattet sein, wovon das Land insgesamt 30 Millionen € beisteuert. Wir wollen damit die Start-up-Szene in Hessen nachhaltig im Wettbewerb mit den anderen Regionen in Deutschland stärken. Lassen Sie mich das an dieser Stelle erwähnen. Das können Sie in der mittelfristigen Finanzplanung erkennen. Insgesamt investieren wir in den nächsten Jahren rund 10 Milliarden € in Hessen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Dies bedeutet eine riesige Kraftanstrengung. Aber damit erweitern und sichern wir die Zukunft der Menschen in Hessen, und uns sind sie jeden Euro wert. Dazu kommen noch Mittel von 500 Millionen € bis 2024 im Rahmen des Programms Digitale Schule Hessen, woran sich das Land insgesamt auch mit 75 Millionen € beteiligt. Damit man eine Vorstellung hat, das sind rund 540 € pro Schülerinnen und Schüler in Hessen, eine hervorragende Investition in die Zukunft. Selbstverständlich unterstützen wir auch zukünftig unsere Landkreise, Städte und Gemeinden. Das Volumen des Kommunalen Finanzausgleichs wird im nächsten Jahr knapp 6 Milliarden € beantragen. Herr Kollege Weiß, Sie haben schon erwähnt, dass im Grunde genommen die Kommunen von uns nicht gut behandelt werden. Ich erinnere Sie daran an den Kommunalen Schutzschirmen. Ich erinnere Sie daran an die Hessenkasse. Ich erinnere Sie daran, dass wir den Kommunalen Finanzausgleich neu geordnet haben, und dass er einen Höchststand von 6 Milliarden € erreichen wird, den wir bisher noch nie hatten. Ich erinnere Sie an die beiden kommunalen Investitionsprogramme, die wir aufgelegt haben. Ich erinnere Sie auch an die starke Heimat Hessen, die wir morgen Abend gemeinsam verabschieden werden. Genau diese Programme sind die Programme, die zeigen, dass wir Partner der Kommunen sind und unsere Kommunen nicht im Regen stehen lassen. Wir unterstützen sie sehr massiv mit insgesamt über 15 Milliarden € in den letzten Jahren, einzigartig in Deutschland. Zusätzlich kommt auch noch ein Landesbauprogramm für den Neubau und die Sanierung von Kindertagesstätten. Herr Kollege Weiß, ich weiß natürlich, dass Ihr Dremolo dies an dieser Stelle nicht zulassen möchte. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass die hessische Landesregierung, die schwarz-grüne Landesregierung weiß die Wichtigkeit der Kommunen, und die Kommunen liegen uns am Herzen. Wir werden sie jetzt und auch in Zukunft weiterhin massiv unterstützen. Das ist uns ein Anliegen, und dem werden wir auch gerecht werden. Meine Damen, meine Herren, Sie können erkennen, mit diesen Investitionen in unsere Sicherheit, in die Bildung, in die Infrastruktur, in den Klimaschutz und in die Digitalisierung bringen wir das Land Hessen voran. Dieser Haushalt ist insgesamt ein Stärkungsprogramm für unser ganzes Land. Wir führen wichtige Vorhaben fort, starten neue Projekte mit neuen Innovationen und bringen unser Land so voran, dass die Menschen gerne und gut hier leben. Sehr gespannt darf man natürlich auch in der Debatte auf die Änderungsvorschläge der SPD sein. Wenn man die Aussagen von dem Kollegen Weiß ernst nimmt, dann hat er ausgeführt, zu wenig Investitionen, zu wenig Personal, zu wenig Abbau von Altschunden, zu wenig Unterstützung für die Kommunen. Es steht zu befürchten, dass einmal wieder allen alles versprochen wird, jedoch ohne jeglichen seriösen Finanzierungsplan. Wir werden sehr genau darauf achten und auch darauf entsprechend hinweisen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Sie mögen das vielleicht kritisieren, aber es gibt genug Zitate aus Pressemitteilungen, die ich Ihnen vortragen könnte, die dies natürlich belegen. Deshalb glaube ich, Herr Kollege Weiß, Sie haben die Messlade oder den Zollstock doch sehr hoch gelegt. Wir sind sehr gespannt, ob Sie darüber springen oder darunter durchlaufen werden. Das zeigt natürlich auch die bisherige Argumentationslinie der SPD, dass Sie beides an dieser Stelle in einem durchführen wollen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie das ablaufen wird. Insgesamt haben wir alle eine Vorstellung von Politik und Schwerpunkten, die zu setzen sind. Dabei eint uns aber eines. Wir alle arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, und wir alle – jedenfalls unterstelle ich das – wollen mit unseren Ideen das Beste für diese Menschen erreichen. Man darf nie vergessen, die Politik setzt lediglich die Rahmenbedingungen dafür, dass sich die Wirtschaft gut entwickeln kann und die hier lebenden Menschen Raum für ihre Kreativität, Schaffenskraft, aber auch Erholung und ihre Freizeit finden. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre so anschaut, ist uns das gut gelungen. Wenn ich mir den Haushaltsentwurf 2020 anschaue, so gehen wir diesen guten und erfolgreichen Weg gemeinsam konsequent weiter, und zwar der Dreiklang nachhaltig, sicher und klug, sehr gut gewählt vom Finanzminister und treffend für diesen Haushalt. Wir stehen für eine Haushaltspolitik mit Augenmaß und bringen das Wünschenswerte mit dem Machbaren in den Einklang. Das ist der richtige Weg, um den nachkommenden Generationen Handlungsspielräume und nicht nur Schuldenberge zu hinterlassen. Ich freue mich auf die kommenden Haushaltsberatungen, den politischen Streit um die besten Ideen und Lösungen und auf die spannenden Diskussionen. Wir werden dann auch die Gelegenheit haben, das ein oder andere Argument gemeinsam zu vertiefen und uns dann über die Anträge auszutauschen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Applaus Applaus Applaus